Radio Klartext Nachrichten Acht von zehn Deutschen sind mit der Politik der Bundesregierung unzufrieden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes CIVI für T-Online. Auf die Frage, wie gut die deutsche Politik aktuell in der Lage ist, die wichtigsten Probleme im Land zu lösen, antwortet nur jeder siebte Befragte mit gut. 79 Prozent sagen schlecht, sechs von zehn Deutschen sagen, sehr schlecht. Besonders Befragte in den ostdeutschen Bundesländern sehen die Problemlösungskompetenz der Bundesregierung als schlecht an. Den höchsten Wert erreicht Thüringen, wo 91 Prozent der Befragten skeptisch sind, in Sachsen sind 89 Prozent unzufrieden, in Brandenburg 88 Prozent. AfD-Chefin Alice Weidel hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach dessen Regierungserklärung zur Haushaltskrise zum Rücktritt aufgefordert. Die Bürger hätten in dieser Lage auf die Rücktrittserklärung gewartet, sagte sie im Deutschen Bundestag. Die Ampel regiere gegen die Vernunft, die Wirklichkeit und gegen die Verfassung. Weidel kritisierte die Migrations-, Klima-, Energie- und Sozialpolitik der Regierung und die Ausgaben für diese Bereiche. Das Bürgergeld nannte sie Migrationsgeld und einen Einwanderungsmagneten. Mit Blick auf die Haushaltskrise sagte Weidel Richtung Regierungsbank, es gebe kein Milliardenloch, sondern Rekordsteuereinnahmen, mit denen die Regierung nicht umgehen könne. Einen Lkw-Fahrer, der im Juli in Stralsund gegen Klimakleber vorgegangen war, verurteilte das Amtsgericht der vorpommerschen Stadt zu 1.800 Euro Geldstrafe und einem viermonatigen Fahrverbot. Er erhielt damit seinen Führerschein zurück, den er kurz nach dem Vorfall vor mehr als vier Monaten abgeben musste. Auch reduzierte sich die im Strafbefehl ursprünglich ausgesprochene Buße von 5.400 Euro deutlich. Das Gericht sah den Tatbestand der versuchten Nötigung als erfüllt an, weil der angeklagte Klimakleber von der Straße gezogen habe. Vom Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung sprach ihn das Gericht allerdings frei. In einem Brief an acht EU-Abgeordnete hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA eingeräumt, dass die Corona-Impfstoffe keine Ansteckung verhindern. Wörtlich schreibt die EU-Behörde an die Parlamentarier, sie haben in der Tat recht, wenn sie darauf hinweisen, dass die Covid-19-Impfstoffe nicht dazu zugelassen sind, die Übertragung von einer Person auf eine andere zu verhindern. Bei der früheren Impfkampagne hatten Politiker immer wieder behauptet, eine Immunisierung würde die Übertragung des Virus stoppen. Gesundheitsminister Lauterbach forderte eine Impfpflicht, damit die Ungeimpften, Zitat, nicht das ganze Land in Geiselhaft nehmen. Im vergangenen Jahr haben mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland ihre Wohnungen aus finanziellen Gründen nicht richtig heizen können. Der Anteil habe sich damit gegenüber dem Jahr 2021 verdoppelt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Fast sieben Prozent hätten sich kein warmes Zuhause leisten können. 2021 habe der Anteil noch bei etwa drei Prozent gelegen. Mehr als 14 Prozent gaben an, ihre Wohnungen aus Geldmangel nicht angemessen warm halten zu können. In diesem Jahr gab es bis Oktober insgesamt 350 Tiertransporte von Sachsen über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Das ergab eine Anfrage des tierschutzpolitischen Sprechers der AfD-Fraktion im sächsischen Landtag, Thomas Brandl. Laut mehrerer Experten seien Tiertransporte bis in den Libanon oder nach Nordafrika Tierquälerei. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatte die sächsische AfD beantragt, diese Art von Tiertransporten zu verbieten. CDU und Grüne lehnten das ab und verwiesen darauf, dass man kurz vor einer Lösung stehe. Nun, Jahre später, sei diesbezüglich nichts geschehen. Die Fraktion verwies auch auf extrem quälerische Schlachtmethoden in den muslimischen Ländern. Das Wetter. Heute ist es vielfach stark bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 6 Grad. In der Nacht Bewölkungsverdichtung und gebietsweise aufkommender Schneefall. Abkühlung auf minus 1 bis minus 5 Grad. Und nun weiter mit den besten Hits aus den 80er Jahren aus dem Elbtal auf Radio Klartext.